Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Season 5 Und, wie ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Man kann so meinen Bildschirm drehen Uh, ne, Schrift ist nicht weg. Ist gerade nur ein bisschen komisch. Ja, meine lieben Freunde, die Shader sind auch bei mir angekommen. Ich probiere mich gerade ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr für welche mir empfiehlt. Ich habe zurzeit den Mr. Meeps Shader drinnen und es sieht wirklich genial aus, muss ich sagen. Es sieht genial aus. Gerade mit der Form der Schweinsstrecke hier. Einfach nur cool. Wenn ich hier diese Fackeln der Hand halte, macht jetzt sogar Licht. Weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut sieht, aber die macht wirklich Licht. Gleich mal gerade Tag mit. Wunderschön. Die Sonnenstrahlen, die haben bei diesen auch mal, ihr seht das ja ein bisschen, also ein bisschen Licht machen sie jetzt gerade Tag. Das sieht man nicht so. Aber das sieht doch gleich viel anders aus, oder? Ganz anders sieht das aus. Das sieht ja auch aus. Zumal hinstellen. Ja, wir waren hier bei einer Brücke nach hinten. wird man dann weitermachen dass man dann hier hoch gehen damit grobe erde gemacht da haben wir noch ein bisschen grobe erde und auch noch ein bisschen essen können wir eigentlich rein tun wir haben ja auch noch ein bisschen essen sparen im inventar platz ist immer meine menschen auskrusten ich war ein bisschen auf monsterjagd so wie ihr das jetzt seht wunderschön wunderschön so jetzt müssen wir hier diese steinen erdkonstruktion ein bisschen auffrischen es ist nicht so gut das er kann schon um Köln der so und ihr Köln das ist ein bisschen schlechter kennt Euro zu finden war noch vor so darf man eben nicht runterfallen wir haben noch 1 2 3 4 das ist immer nur ganz kurz so ein schmales etwas an fahrt bis dass ich hier wieder etwas verstärkt und da haben wir ja ob sie da nicht zoomen sondern zum bruchstein zugenommen hier und hier so hm da müsste er eigentlich noch weg so so du bist gerade ein bisschen dunkel weil der berg hier ein bisschen schatten spendet weil es gerade nicht der berg hier aber die sonne die kommt ja gleich rum das seht ihr die sonne ist jetzt ein bisschen schräg auch das nehmen wir ja genau über den zinnet seht ihr ja dort oben hier kann ich auch den zinnet nehmen da ist er nicht mehr ganz und jetzt geht sie dann auf und dann so rüber und dann so runter finde ich eigentlich auch besser ich weiß nicht warum geht das in mein kraft nicht realisieren aber das ist ja auch geschmackssache so so zu dem wir hier wir haben da die nächste fackel aber ganz kurz gucken was sie übernächst ist aber es wirklich nur ganz klar war ein mehr kurz platzieren oder ein oder ein so da macht er auch nicht das sieht was das war ein bisschen licht macht hier hallo ciao tschau gut tschau gut wo ist mir denn drunter gefallen hier wenn wir hier ein bisschen labern hier hat eben können wir auch ein bisschen was sehen hier soll es lang gehen genau da geht es hier lang hier habe ich irgendwann mal ein wasser immer drunter geblendet schaut doch ganz hübsch aus oder so finde ich auch hier vorzeit mir das es ist morgens morgens um 9 durch ist es ich kann mir ein bisschen durch die schlacht durch die stadt schlender weil wir mit schildert und das ist wahrscheinlich ein bisschen anders aus ich finde man einen geeigneten screenshot schatten gefällt mir noch nicht so gut vielleicht werde ich mir mal den Schädel den ich gerade hier drin habe in bisschen Stärke holen weil das sah schon in der Vorschau richtig richtig cool aus weil es immer falsch gelaufen hier unten wollte ich nicht lang es ist gerade Nacht ja es wird gerade Nacht ne schlafen wir mal ich spieße es doch schon optionen grafik hell ist es auf jeden fall nebel schön aus ok der Nebel ist an dass es besser ausschaut bei der Durchschnittsrichter habe ich ein Leitformat und Schatten Qualität hochgestellt auf zwei aber sonst man könnte man empfehlen in den Kommentaren ich sehe irgendwas das schaut doch hübscher aus hier gerade am Brunnen oder sehr schön einfach nur schön ich habe zwar hier schon ein Bildchen für euch was ich euch zur Verfügung stelle als Samtnale aber es könnte ja noch ein besseres geben es könnte ja noch ein besseres geben also es läuft auch flüssig muss ich sagen hier ist natürlich jetzt in der Innenstadt kann man das weiten es bewegt sich dann statt hier da ist natürlich noch ein bisschen Schatten da kommt erst die Sonne so gegen Mittag mal kurz rum sieht man auch hier die Seite ist gerade beleuchtet also das Sonne beleuchtet die andere auch strahlt noch in Schatten hier ist gerade sehr gut ausgeleuchtet muss ich sagen es ist schon genial es ist die Lava ausgibt nicht so praktisch bin ich ja mal gespannt wie ein Zehn und die Schäber rein knallt da schaut es bestimmt auch noch viele viel besser aus das sind die Innenstadt und wir können dann mal auf den Markt schauen also die Schilder nicht wundern wenn man da ein bisschen näher rangeht oder in einer anderen Perspektive schaut da kann man die lesen beispielsweise so es ist nur ein kleines Bäckchen das kleine Bäckchen das ist nicht groß weiter schlimm die Gassen sind eben ein bisschen dunkel gerade so eine Querkasse die fast kein Licht bekommt aber schaut mal herrlich es ist gerade 914 das interessiert mich gerade nicht aber die Sonne die könnte ruhig noch ein bisschen intensiver sein deswegen werde ich mal für die nächste Folge beziehungsweise ich werde mir mal hier den Schilder immer stückchenweise von Mr. Meeps hießen die ne von Mr. Meeps das ist ja gerade der Light Shader da gibt es noch ein Normal und dann ein Ultimate also es gibt glaube ich fünf verschiedene und ich werde mal probieren mich langsam mal Ultimate ranzutasten und ja mal sehen was das dann bringt aber mir könnte wirklich noch Empfehlungen in die Kommentare schreiben guck mal die Schrift wird sogar auch schattiert hier da ist ja mal lustig da ist ein Zombie der ist ja irgendwo drunter ich glaube da ist ja unten zwischen den Türen kann ich mir gut vorstellen so dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder? ne warte mal mir geht es noch vor zack 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 geht es noch vor ja die Freilichtbühne sehr schön da habe ich eine Nachricht bekommen mein Handy nicht stumm geschalten und ich rufe jetzt jemand an das ist äh sehr praktisch äh unpraktisch meine ich so jetzt gehen wir auf die Straße unten ist noch ein bisschen düster mal die Arbeitsräume die sind hell da kommt ja das Licht rein die Glasscheiben sind ja auch bald anders ich glaube das ist wirklich etwas zu laut aber das ich werde es in der Nachaufnahme sehen äh und da ist es dann meistens zu leise der Bahnhof sehr schön schaut bisher auch ganz gut aus hier die Altstadt zwei Bewohner müssten noch irgendwo rum gucken einen habe ich gerade gesehen der ist ja oben der andere Bewohner ist irgendwo hinten das ist ein Bauer zuvieligerweise da sind sie noch alle beide haben sie sich gefunden gut Tag Pfeilmacher bist du und du die es ist seiner geliebten sei oder du bist wappenschmied ich kann ich dem bisschen weizen zu werfen passt mal auf vielleicht geht das ja, vielleicht sammeln die das ja auf ich glaube ich damit nichts anfangen, dann muss ich das mal kurz in einem Brot umwandeln und drin ist eine Werkbank mach mal noch schnell so du kriegst ein Brot und dein Mann kriegt auch ein Brot komm steck's ein steck es ein ich bin kein Hunger Mensch, Mädel willst du ja ein Brot haben? jetzt habe ich es eingesammelt, ne? jetzt musst du deinen Mann suchen vielleicht ist die ein bisschen hungrig hier da ist er guten Tag bisschen schön ne so guck mal der es aufsammelt ah, noch oxidiert auf dem Boden jetzt ist sie weggegangen warum nehmt ihr das nicht auf was habt ihr für Angebote leisenachs für 6 Maragde und 20 Kohle 1 Maragd tun wir ein bisschen handeln ja 8 Eisen 1 Maragd nein, ich werde mit Verbrennung einsen nehmen ich nehme es der Gliederfüßer haaa im 90 Mark da habe ich aber gerade nicht Eisen war ich auch nicht dabei ne Eisenachs für 6 das kann man vielleicht machen wenn ich den da mache ne ne macht nicht weiter mal hier die Eisenachs nehmen jetzt ist er wieder aufgegangen 3 3 Diamanten 1 Maragd gut so ein bisschen mehr 15 Diamanten der Weinschwert mit Band 2 und 19 Markte ne 1 effizienz 2 hoch hmm langsam nach nur so nun wird gewesen keines mit ich glaube hier oben 1 wir haben jetzt glaube ich auch wollen drin 2 2 1 2 ok wir haben doch Holz mit, oder? ne aber nicht Holz war hier äh Holz 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 ja Holz war hier äh äh Holz 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 wolf Holz Holz programm das ist die große frage auch sie in die Kirche gegangen. Guten Tag. Oh ne. Hat sich gewandelt. Ein Pfeil für 1 Maragd. 17 Fäden für 1 Maragd. Gut, auf dich komme ich später noch mal zurück und jetzt erstmal doch was erledigen. Meine lieben Freunde, ich verabschiede mich. Die wär im Bett drin gewesen. Hast du mal ein Ei und hier? Och. not olla olla. Ist noch ofschachsdritten aber... grust.. größtenteils na 2 Seile re Chernyschallplatte. Uuu Uuu uy 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 uy.ного j Story B 1956 D Aber ich will sich ja richtig verabschieden. Sag ich tschüss. Oh, so soll ich erst mal richtig im Fernsehen sehen. Goodbye.